Eine Frage, die ich mir vielleicht oft stelle, ist das Böse immer das Ego? Ich spreche in diesen zahlreichen Audios immer wieder das Ego von Menschen an, das Egoistische, das Egozentrische, das auf nur sich selbst Bezogene, das von sich Schließen auf die Welt. Ich schließe nur von mir, wie ich bin in meinem Leben, auf die gesamte Welt, die mich umgibt und so weiter. Menschen neigen sehr dazu, und das ist ein Kardinalproblem des Menschlichen, durch seine Individualität, durch seine besondere Persönlichkeit, durch sein besonderes Dasein. Und jeder von uns ist besonders, weil er Gleichheit, andererseits, ist jeder Mensch individuell besonders. Und läuft dadurch Gefahr, in etwas Egoistisches zu fallen, in etwas Egozentrisches zu gelangen. Und dadurch, sich eigentlich nur noch selber zu sehen und die Welt durch sich selbst zu bemessen, zu taxieren, der Welt die Botschaft zu geben, das machst du jetzt so, wie ich es will, wie ich es will, als Präsident, als Präsidentin oder sonstiger Repräsentant, der so wichtig ist und sich so wichtig nimmt und dadurch so egoistisch ist und egozentrisch ist und sich überschätzt, maßlos überschätzt. Also zum Beispiel in Hinsicht der Wahrheit. Nur ich erkenne die Wahrheit. Die anderen sind gar nicht dazu in der Lage. Nur ich erkenne das Wichtige. Ich bin's, der regieren muss. Ich bin's, der das Sagen hat. Und wir erleben das aktuellerweise und bestürzenderweise in der Historie der Menschheit wieder und wieder. Das ist wichtig und die anderen kapieren's nicht. Ich bin der Chairman. Ich sage, wo es lang geht. Ich bin der Virologe, der in den Gremien der Politikberatung sitzt. Und ich bin wichtig, weil meine Aussage, meine Wissenschaft ist das Entscheidende. Und schon wird das Ding getunt und globalisiert bis zum Gehtnichtmehr. Das kann's nicht sein. Und insofern läuft das Ego, der Begriff Ego, egal welche Dinge wir da noch dran garnieren, ob es Egoismus ist, Egozentrismus ist, Egomanie ist oder sonst was ist, immer wieder in Gefahr, eine Einseitigkeit zu liefern, die letztendlich böse wird. Auch der guteste Mensch in seinem Egozentrismus und vielleicht in seinem Predigen des Guten und ewig Guten und immer Guten läuft Gefahr, egozentrisch zu werden und dadurch böse zu werden. Ich möchte das auch mal betonen. Gerade im Namen des Guten und vermeintlich Guten, das einseitig gedacht ist und einseitig egozentrisch durchdrungen ist, ist das Böse verborgen. Das Böse, können wir direkt als Gleichung sagen, wenn man es ganz platt formuliert, ist tatsächlich Ego. Das Böse, das der Mensch ist, du fragst dich vielleicht auch in den letzten Zeiten öfter, gibt es das Böse an sich und dann denken wir, ja, es ist so ein Geist oder der falsche Gott oder irgendwas, der strafende Gott oder Gott weiß was. Aber das Böse ist die Einseitigkeit in uns als Menschen. Die Vermessenheit, etwas absolut so beurteilt zu können und so absolut maßgebend zu sein und sein zu wollen, dass man denkt so, ich bin's und ich habe Recht. Ich bin dann recht haberisch, ich setze das durch, ich bin dann als Egozentriker so durchsetzungsstark und das ist ja das Schlimme daran, dass man dann oft sehr durchsetzungsgewaltig ist und stark ist und verbissen ist, vermessen ist, ehrgeizig ist, schrecklicher Ausdruck, ehrgeizig ist und das Böse dadurch entstehen lässt. Das Böse ist immer Ego, weil Ego ist immer einseitig, ist eine Fassade, eine Möglichkeit, wie gesagt, die Brillanz einerseits unserer Individualität, unserer Besonderheit und andererseits der Gefahr, dass wir einseitig unsere Besonderheit und Brillanz auf alles andere übertragen wollen. Aber alles andere ist ja auch anders. Jedes ist anders. Und insofern kann ich eben das Einseitige egozentrisch nicht übertragen. Und ich glaube, gerade die moderne Welt läuft sehr Gefahr, diese Egozentrismen, wie auch immer sie sind, politisch, spirituell, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, egal wie, medizinisch, virologisch, zu übertragen auf die globale Möglichkeit, die ja per se auch individuell ist und bei der es dann eben nicht funktionieren kann, wenn man das Egozentrische auf alle anderen dann überträgt, weil sie ja auch einen ganz persönlichen Sinn in der Existenz haben, weil jedes Ding einen persönlichen, ganz speziellen, individuellen Sinn hat. Und insofern ist die Verbreitung der Einseitigkeit eines Menschen, der einseitigen Wahrheit, und ich möchte nochmal betonen, es ist egal, wer er oder sie ist, wenn ich es einseitig betone und zu einem Standard und damit zu einer Unterwerfung und einer Machtausübung anderen Wesen der Welt, anderen Menschen gegenüber mache, dann ist das das Böse an sich, dann hat das sehr viel mit dem Bösen zu tun. Dann ist es eine Unterwerfung, eine Machtunterwerfung. Und als Menschen sind wir ganz, ganz schnell dabei, andere Menschen zu unterwerfen. Im gut gemeinten Sinne, wenn wir unsere Kinder erziehen und im gut gemeinten Sinne, wenn wir andere vor Schaden bewahren wollen und im gut gemeinten Sinne, wenn wir anderen etwas zugutekommen lassen wollen, was vielleicht uns zugute kam und zugute gekommen ist, aber den anderen eben nicht. Sondern, dass bei jedem Menschen anders ist, ein Stückchen anders ist, ein Stück. Das ist ja der Sinn des Individuellen. Und insofern kann man durchaus sagen oder geneigt sein zu glauben, ist ja nichts weiter als eine Gedankenformation, die ich da formuliere, dass das Böse tatsächlich eben immer egozentrisch gefärbt ist, weil es ein Wille ist, ein einseitiger Wille, den man durchsetzen will. Wie gesagt, im Guten wie im Schlechten. Im Destruktiven, wir haben da nur Despoten vor Augen. Aber es sind ja nicht nur die Dispoten, es sind ja nicht nur diese Diktatoren, die agieren auf der Erde und Schlimmes machen. Es sind alle anderen Menschen genauso immer wieder in der Gefahr, weil sie eben egozentrischen einseitig sind und davon überzeugt sind. Und insofern ihre Wahrheit, ihr Gutmeinen, wie auch ihr Bösemeinen oder ihr Schlechtmeinen, über andere hinweglaufen lassen und die dann unterwerfen, Macht ausüben. Jeder von uns ist mächtig als Mensch. Jeder hat ein Potenzial in sich. Jeder hat ein Wille und eine Bestimmung. Er kann etwas bestimmen, er kann etwas bewirken, er kann etwas tun. Und da ist es sehr wichtig hinzuschauen. Mutte ich da jetzt anderen etwas zu, was ich mir selber zumute und zubillige, aber es ist eigentlich gar nicht für die anderen gedacht und dann ist es etwas Böses oder dann läuft es Gefahr, sehr schnell böse zu werden. Oder bin ich da vorsichtig und achtsam damit? Deswegen jeder Mensch, und das trifft auch ganz besonders für die Psychotherapie zu, muss seinen eigenen Weg finden. Wir sind nur Wegbegleiter. Wir begleiten nur. Wir begleiten einander. Aber wir dürfen niemals die Vermessenheit haben, andere über andere zu bestimmen. Und natürlich magst du jetzt entgegenhalten, ja, Liebe ist doch die größte Macht, die wir ausüben über jemanden, weil das attraktiv ist, weil das begehrenswert ist, natürlich. Aber es hat eine Grenze. Es hat eine Grenze, eine ganz klare, eindeutige Grenze, weil letztendlich bleibt nur das Individuelle dann wieder und immer wieder, weil das Dasein ist immer individuell geprägt. Bei aller Gemeinsamkeit, die dann andererseits existiert. Also das Egozentrische, dessen wir uns oft erstaunlicherweise oder typischerweise nicht bewusst sind in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Tun, läuft immer wieder Gefahr, auf andere übertragen zu werden. Und dadurch wird es dann sehr schnell böse, weil ich mich nur, weil vielleicht der andere harmloserweise sich an jemand anderem orientiert. Aber im Zweifelsfall nicht an sich selbst. Und dadurch wird das schwierig. Und läuft eben Gefahr, ideologisiert zu werden, zu einer Doktrin zu werden, zu einem Glaubenspostulat zu werden, was auch immer. Zu einer Einseitigkeit. Und ich möchte es noch mal betonen, gerade die heutige Welt ist ja davon geprägt, dass alles verstärkt wird. Wir leben in einer unheimlichen Verstärkerwelt. Du kannst dich verstärken in deinem Sinne, dass es buchstäblich um den ganzen Erdball geht in der Verstärkung. Du kannst überall gehört werden, gesehen werden. Du könntest überall relevant sein. Das war schon immer so in der Menschheit, aber es ist in der heutigen Zeit ganz besonders so. Weil alles wird hochgespült und verstärkt und eben medial und virtuell, ich habe gestern Audio gemacht über Virtualität, tatsächlich enorm präsentiert. Und das ist dann schwierig. Und das könnte dann böse werden. Ist das Böse immer das Ego? Diese zentrale Frage, die man stellen kann. Diese Feststellung, die vielleicht möglich ist.